Musik Mir gefällt an meiner Arbeit Die Abwechslung Mein berufliches Ziel ist Der Bürorin, erfolgreicher Personalmanager zu werden Wissen bei der Arbeit bedeutet für mich Alles Also ohne Wissen in dem Job geht gar nicht Leistung und Arbeit bedeuten für mich Voll ausgelastet zu sein, den ganzen Tag Die Leute mit denen ich beruflich zu tun habe sind Sind alle zu 100%ig verschieden und keiner ist wie der andere Weiterbildung ist Lebensnotwendig, auf jeden Fall Mein größter Traum ist Gesund und zufrieden alt werden Die nächsten Monate will ich beweisen, dass Dass ich das Zeug zum Lehrlingshelden 2012 habe